Haha, Onkel, da dampft ja was in deiner Schmiermutterbratenpfanne. Ja, da dampft es ordentlich. Frischer Dill? Sammeln sie Herzen? Ähm, nee, ich sammeln sie nicht. Ich schmeiße sie in die Schmiermutterbratenpfanne. Ja, jetzt wird noch der letzte Rest. Verdampfen, verdunsten. Und dann werde ich die Cannelloni mit den Kräutern und ein bisschen 10% fethaltigen Joghurt schön füllen. Und die kommen dann wieder in diese Schmiermutterbratenpfanne. Onkel, zeig bitte nicht, wie der Herd aussieht. Der Herd sieht gut aus. Ja, tut mir leid, ich wohne hier. Arbeitsmaterialien sehen manchmal so aus, aber danach kommt einfach Natron und ein bisschen Essig. Und dann ist die Sache wieder fein. Onkel, ich sehe ja gar nicht vor lauter Dampf. Ja, manchmal ist Dampf gar nicht verkehrt. Onkel, ist Freitag? Ja, Mann. Bier ist gekühlt. Ich habe mir eine Einkaufsbefreiung selbst ausgesprochen. Und wenn die Cannelloni gefüllt werden, seid ihr dabei. Wann denn sonst?